Und schon sind die nächsten beiden Hengste in der Bahn mit der 7. Zunächst ein brauner Sohn des Canstaco aus der Contendra von Contempo 1. Grande Händekreis an der Vollbüter Wieselbaum. Christian Eggers aus Freiburg an der Elbe ist Züchter und Aussteller dieses Hengstes. Das Maß an Meter 5 und 16. Und in Zirkel 2 ebenfalls ein brauner Hengst mit der Katalog Nummer 12. Sohn des Chaco Blue aus der Bellissima Biore vom Ragnatinos Codex und Landadel in Belgien. Sie ist auch Ausstellerin des Hengstes. Das Maß an Meter 1,70 Meter. Aus dem Unterstand der Katalog Nummer 12 hatten wir ja vor einigen Jahren bereits den Sordoner 1-Sohn bei Lamos Biole hier in Vechter in Köringen. Damals einer der Publikumslieglinge seines Jahrgangs. Vater der 12. Chaco Blue, Mecklenburger, mit Karriere-Start bei André Blath auf der Insel Pöhl in Mecklenburg. Heute zu Hause im Bestritt Schockenbühle. Und Katalog Nummer 7 auf Zirkel 1. Sohn des Canstaco. Canstaco, gemeinschaftlich vertrieben in den letzten Jahren durch das niedersächsische Landbestütz Celle und die Station Helm in Schleswig-Holstein. Hier aus dem Rollsteiner Stamm 162, der uns bereits die Katalog Nummer 1 beschert hat. Und der Stamm 162 blüht ja in den Häusern Eggers, Dies und Jenseits der Elbe. Also eine ganz bekannte Rollsteiner Linie mit großer Verzweigung. Das ist die Katalog Nummer 1. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.